Ella, Essen ist in der Tuni-Pflüffel. Alexa, erzähl mir was über Amazon Echo. Wie, du weißt nicht, was ich tue. Meine Güte, warum hast du mich gekauft, wenn du nicht weißt, was ich tue? John, du hast ein echtes Problem. Du kaufst nur Zeug, wo du nicht brauchst und nicht weißt, was es tut. Geh zum Arzt. Okay, cool. Alexa, wie viele Teelöffel sind 10 Milliliter? Fuck it, kipp rein, die Scheiße. Alexa, verspiel meine Samstags-Playlist. Alexa, lauter. Alexa, von wem ist es? Das ist aus deiner Playlist, Dipschit. Nicht schlecht. Ah, da bist du ja. Danke, Papa. Schmeckt's dir? Mama wird sich freuen. Alexa, setz bitte nochmal das Wok-Gemüse auf die Einkaufsliste. Okay, einmal Kock-Gemüse. Zu erledigt. Das ist okay. Alexa, was steht für morgen auf dem Kalender? Den Geburtstag anderer vergessen und dumm rumpimmeln, yo. Alexa, wie wird das Mettermorgen? Es regnet Blut und Feuer und die Horde greift wieder an. Also, geh nicht raus, sonst, ne, John. Wirklich. Pass mal auf. Alexa, erzähl mal einen Witz. John, ganz ehrlich, die Erde ist nicht flach. Alexa, Wohnzimmer, Licht aus. Ne, hey, Schusch, Leute. Und nochmal eine Kleinigkeit in eigener Sache. Morgen am 10.11. um 16 Uhr gibt es einen Skyrim-Stream, wo ich meinen Skyrim mal ein bisschen sehr zermoddet habe. Und ich hoffe, ihr schaltet da ein. Twitch.tv.dash. Slash. UrbanDurban, Mr. Schoschmann. Link in der Beschreibung und so weit. Wollte ich nur mal gesagt haben. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Also, ja, Leute, Content gibt's hoffentlich bald wieder mehr regelmäßig. Bis dahin, Siehle. Okay, cool. Okay, cool.